Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe des DAX Check. Gestern ging es mit den Kursen nach oben und trotz schwacher Vorgaben sind die Indikationen für den heutigen Handelstag auch sehr freundlich. Wir dürften oberhalb von 15.500 in den Handel gehen. Und warum? Weil Siemens sehr, sehr starke Quartalszahlen veröffentlicht hat. Dazu gleich mehr. Wir schauen erstmal, was der Anstieg gestern für den DAX bedeutet. Im Moment noch nicht sehr viel. Wir sind weiterhin in dieser Range zwischen 15 und 15.500. Aber Sie haben es ja an der Indikation gesehen, heute könnte ein neues hochkommen. 15.500 ist das Jahreshoch hoch. Und natürlich, wenn wir darüber hinausgehen, besteht Potenzial bis 16.000. Das schauen wir uns gleich im Zwei-Jahres-Chart an. Warum 16.000? Das ist diese Range, die wir eben zu 21, die sehr über eine lange Zeit hatten. Klar, die beiden Spitzen bei 2,90. 16, 2,90 kommen noch dazu. Aber die meiste Zeit waren wir dann doch innerhalb dieser Range. Und ja, der DAX lässt sich im Moment nicht kleinkriegen. Ich habe gesagt, eigentlich wäre eine Konsolidierung überfällig, auch durchaus mal bis 14,5. Aber er will nicht. Er will nach oben. Es ist viel Geld an der Seitenlinie. Das habe ich Ihnen ja auch schon gesagt, dass Rekordbestände an Bargeld an der Seitenlinie nur auf Investition warten. Und deswegen möglicherweise der DAX weiterhin in guter Laune. Und natürlich, wenn solche Zahlen wie von Siemens kommen, dann macht das natürlich auch Riesenlaune. Dann auch Bayer natürlich. Gestern die Meldung, ein neuer Vorstand kommt von Roche mit 1a Präferenzen. Präferenzen. So ein Blödsinn. Und ja, die Märkte haben das honoriert. Schürt natürlich Spekulationen über eine Aufspaltung. Man hat sich ja da auf einer Aktivistenseite zusammengetan. Und es schaut so aus, als ob wir jetzt wirklich mal in Richtung 66, 68 Euro laufen könnten. Vorbörslich waren die Aktie bei 63. Deutsche Börse auch mit starken Zahlen. Mittelfristziele leicht angehoben. Kursziele erhöht. Teilweise 190 war die LBBW von nur leicht erhöht. Aber trotzdem ein höheres Kursziel wird hier gesehen, als ja hier die Hochs von Dezember. Also auch die Zahlen waren gut. Und natürlich Siemens. Wenn eine Pressemitteilung schon beginnt, fulminanter Jahresstart, dann kann das Ganze nicht so schlecht gewesen sein. Und ja, vielleicht geht es heute hier raus über dieses Hoch. Und dann wäre der Weg frei in Richtung 150 auf jeden Fall. Die Zahlen hätten es verdient. Schauen wir mal auf den DAX. 15.600 Zähler. Es ist Wahnsinn. Also, da schauen wir gleich mal auf die Tafeln links und rechts. Neues Kaufsignal für den DAX. Nächstes Kursziel. Nächster Halt 16.000. Irre. Also bin ich selber überrascht, dass es so gut läuft. Obwohl die US-Börsen ja wirklich gestern nicht geglänzt haben, kann der DAX weiterhin zulegen. Die Regie vielleicht mal auf die linke Seite schauen, damit wir uns mal das Ganze ein bisschen im Detail anschauen können. Also, wenn ich mal die ersten so durchgehe, da ist relativ wenig. Okay. 65 Euro. 63 hatte ich gesagt. Vorbörselig. Gestern 62.50. Erklärt natürlich einiges. Dann Conti, Conti, Conti. Conti gefällt mir auch sehr gut. Mit einem Golden Cross gestern. Wie erwartet, ja. Covestro schwach. Ein Downgrade bekommen. Heute auf Reduce. Also da, das ist das. Auf jeden Fall die Erklärung. Deutsche Post etwas schwächer. Wieder unter 42. Aber immer noch im grünen Bereich. Ansonsten relativ wenig. Schauen wir auf die zweite Seite, wo wir natürlich auch dann eine Siemens uns anschauen. Schauen wir gleich mal drauf. 148.80. Okay. Das erklärt natürlich, warum wir 180 Zähler im Plus sind. Ansonsten, Hannover Rück, Infineon, Linde, alles wenig spektakulär. Neben Munich Re auch unser Depotwert. Porsche kommt wieder. Wieder bei 115. Also auch da schaut es ganz positiv aus. Ansonsten, ja, relativ wenig. Aber wie gesagt, wenn natürlich eine Siemens bei 149 Euro steht, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn der DAX so stark zulegt. Schauen wir nochmal zurück auf die Tafel. Ja, es schaut alles danach aus, als will der DAX in Richtung Allzeithoch. Muss man ganz klar konstatieren. Wer also da long ist, sollte es bleiben. Und die 16.000 vielleicht noch nächste Woche. Also, das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.